Das brauchen wir jetzt aber nicht, das haben wir eh schon ein paar Mal, das Auffadeln. Nein, nein, das ist schon klar. Jetzt tue ich den wieder zuerst locker hier mal und dann erst zusammenziehen, was du selber durchgefadelt hast. So, jetzt machen wir folgendes. Ich bin eh nicht drauf, aber du gehst jetzt rein, während die drei, ruchse du vierig gleich und greife dann schön. Und riechst die Achsen, dass alles zentriert ist. Nimm ein Krupp mit jetzt. Legen auf. So, jetzt hört es auf.